Hey und hallo meine liebe Zauberhafte Seele, herzlich willkommen zu diesem Seelenstreichel-Orakel. Und zu diesem Orakel habe ich mir auch überlegt, dass du wieder einmal aussuchen kannst. Und zwar zwischen diesen drei verschiedenen Stapeln. Das ist der erste Stapel, der zweite Stapel, der dritte Stapel. Worum geht es in diesem Orakel? Ich dachte mir, ich möchte dir etwas Gutes tun, uns etwas Gutes tun und uns ein schönes Orakel zusammenstellt mit schönen, zarten und weichen Karten, die unsere Seele streicheln, wenn wir es gerade ein bisschen schwer haben, wenn irgendwo der Schuh drückt oder wenn wir diese liebevolle Zartheit und Weichheit irgendwo auch im Außen brauchen und zu uns nehmen wollen, dann ist das Seelenstreichel-Orakel ganz bestimmt etwas, was auch dir sehr gut tun kann. Nun, du kannst hier deine Auswahl machen. Du kannst aber auch verschiedene Themen auf diese verschiedenen Stapel auch auslegen, um zu schauen, wie gewisse Lebensbereiche von dir funktionieren können oder was dort noch optimal unterstützt werden kann. Das kann irgendetwas sein, was in deinem Leben gerade bei dir aktuell abläuft, sodass du für dich und für dein ganzes Leben ganz bestimmt eine gute Rundumschau jetzt hier auch mit diesem Seelenstreichel-Orakel bekommen kannst. Ich beginne wie üblich von links nach rechts. Falls du ein bisschen Zeit brauchst für deine Auswahl, dann nimm dir diese Zeit und ich schiebe diese zwei Karten mal ein bisschen nach hinten, dass wir hier genügend Platz haben. Und die verwendeten Karten schreibe ich dir dann in die Infobox, weil es hier bereits vier verschiedene Kartensätze sind. Beginnen wir mit dem ersten Stapel, der sieht so aus. Und schauen wir mal, was hier dabei ist, was dir gut tun würde. Die Sonne scheint wunderbar, deswegen gibt es hier ein bisschen Schattenwurf. Ich hoffe, es stört dich nicht. Nachdenklichkeit. Was ich als erstes hier gerade sehe, dass du sehr viele Informationen in deinem Kopf hast. Und es sind gute Informationen. Es ist wichtig, dir Gedanken zu machen zu diesen verschiedenen Themen, die du im Kopf hast. Aber es sollen Gedanken sein, die dich positiv stimmen. Es sollen Gedanken sein, die du aus vielleicht etwas Negativem oder etwas, was dich belastet, doch auch ganz viel Positives daraus schöpfen kannst. Weil es auch wie eine Aufgabe von dir ist, aus negativen Gedanken womöglich positive Gedanken zu machen und auch zu erkennen, was dabei entstehen kann, wie viel Schöpferkraft auch in dir drin verborgen ist, wenn du deine Gedanken auf das Positive richtest und diese positive Kraft der Gedanken auch in dir drin versuchst zu aktivieren, weil es dann wie so zu einem schönen und neuen Universum in dir selbst kommen kann. Also das heißt, vielleicht bist du in einem Umfeld, wo es eher ein bisschen trocken ist, dürr ist, harsch ist, vieles in Grautönen abläuft und du hast eigentlich ganz viele kreative Einfälle, ganz viele kreative Ideen und es ist so wichtig, dass du diese auch umsetzt und dass du diese Ideen nicht beschwichtigst, dass du nicht sagst, ja, also das ist jetzt nicht gerade so praktisch oder nicht gerade so pragmatisch umsetzbar, dass du das nicht beschwichtigst mit deiner Selbstsabotage, sondern dass du dem wirklich auch den Raum gibst, dass diese Ideen sich entfalten dürfen. Und es tut gut, vielleicht sich über die einen oder anderen Themen oder Inspirationen nochmal ein bisschen Gedanken zu machen, aber Gedanken dies in diesem Sinne, dass es einfach eine Weiterentwicklung ist von der ursprünglichen Inspiration, also dass du diese Gedanken weiterspinnst, weiterentwickelst, so dass sie zu einem wundervollen, schönen Blumenstrauß gebunden werden können und dass darin auch ganz viel Kreativität, kreative Energie von dir auch freigesetzt werden kann und dieses Nähren von deinen Inspirationen, von deinen kreativen Einfällen, das ist sehr, sehr wichtig, weil das letztendlich auch deine Selbstliebe nährt, weil das dir etwas zurückgeben kann, welches aus deiner ureigenen Quelle kommt und du somit auch dein Herz reich beschenken kannst mit Themen und mit verschiedenen Inspirationen, die dir gut tun und die auch wichtig sind für dich. Also schau mal hier, was das sein könnte für dich und unterschätze diese Kraft nicht, die da zu dir kommen möchte. Ich lege mal die Karte hier hin oder vielleicht da oben hin, dass du die noch ein bisschen im Blickfeld hast. Die zweite Karte, schauen wir mal, was hier kommen möchte. Buche und Mitgefühl. Siehst du das? Ja, ich nehme wahr, dass du eine sehr, sehr strenge Zeit hast im Moment und dass es so wichtig ist, dass du liebevoll mit dir umgehst, dass du auch großzügig mit dir selbst bist und dass du dir selbst auch das eine oder andere nachsiehst. Du musst nicht so streng sein mit dir. Das brauchst du nicht, weil diese Strenge hat dich auch irgendwie so ein bisschen in eine Einöde hineingeführt, wo du vielleicht so ein bisschen nach Luft schnappst, nach Liebe schnappst und ja, diese Wärme und diese Liebe und das innere Wohlgefühl, wie ein bisschen verloren gegangen sind. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du dir selbst wieder ganz, ganz liebevoll begegnest, dass du dir hier auch eben, wie ich es vorhin erwähnt habe, Dinge überlegst, die dir gut tun, die du in dir und von dir heraus weiterentwickeln kannst, weil das so wichtig ist, das nährt dich aus der Tiefe. Und die Buche hilft dir, im Mitgefühl mit dir selbst zu sein, also wirklich aus diesem eigenen Gefühl, dir selbst gegenüber die richtigen Dinge anzugehen und auch die richtigen Dinge anzupacken, das, was du wirklich brauchst und das, was dich nährt, dass du von dort her genährt wirst und nicht irgendwie, was dein Kopf dir sagen möchte, ach, das ist jetzt so praktisch und das ist jetzt so rational und das kann man gerade gut in einem Zug erledigen. Nein, das ist ja so ein bisschen das männliche Denken. Und hier ist so viel Sanftheit auch drin spürbar mit dieser Buche, mit dem Mitgefühl, auch hier mit dieser Frau, die hier abgebildet ist, dass es wirklich so um diese schöpferischen Fähigkeiten auch geht, diese Gaben und Talente, die du auch mitbringst, die unbedingt auch gelebt werden wollen, also wirklich auch Talente nehme ich wahr, die von dir gelebt werden wollen und wo es so wichtig ist, dass du immer mehr auch in deine Kraft kommen kannst. Du lebst vielleicht heute ein bisschen in einer grauen Welt, aber das hat auch damit zu tun, weil du dir nicht erlaubst, in diese ureigene Schöpferkraft, in diese ureigene Schöpferkraft deiner eigenen Kreativität hineinzugehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du wieder dieses Mitgefühl, dieses Gefühl für dich selbst zu empfinden lernst und auch gut in dich hineinspürst, was du eigentlich brauchst. Und dort ist es so wichtig, es darf nicht sein, dass deine Angst grösser ist, etwas zu verändern als nichts zu verändern und dann hier in dieser Grauzone zu verweilen. Das sollte nicht sein. Es sollte so sein, dass du innerlich den Mut erhältst, dass du die Kreativität und diese schönen Inspirationen, die du auch hast, wirklich umsetzen kannst. Und wenn du im Mitgefühl bist mit dir selbst, dann garantiere ich dir, wirst du das ohne Probleme und ohne weiteres umsetzen können. Doch du musst zuerst lernen, auf diese zarte Stimme deines Herzens zu lauschen und zu spüren, ah, das ist ein Bedürfnis von mir oder ah, das tut mir gut oder ah, wirklich so in die Tiefe hineinfühlen. Nicht oberflächlich, ah, das wäre jetzt noch gut oder ah, das würde jetzt noch passen. Das wäre ja praktisch und pragmatisch gedacht und so ein bisschen sinnvoll und so tut es gut. Das nicht, sondern wirklich in die Tiefe hineinfühlen und wirklich so spüren, wo zieht dich deine Sehnsucht so hin? Was würde dir jetzt so gut tun? Was möchtest du dir gönnen, wo du dich schon so lange danach sehnst, so dass es wie heißes Öl bei dir so am Körper entlang runterfließen kann, ja? Dieses Gefühl muss ja entstehen. Dann weißt du, dann bist du im Mitgefühl mit dir selbst. Gut, wir schauen weiter, was dir hier noch der Engel sagen möchte. Wir haben hier ganz eine sonderbare Engelskarte. Die sind ein bisschen so speziell gestaltet. Und der Engel sagt dir, du bist viel zu streng mit dir. Du bist viel, viel zu streng mit dir. Du unterdrückst und untergräbst deine weibliche Energie. Und diese weibliche Energie, weil du sie so rigide unterdrückst und so streng bist mit dir, kann innerlich wie zu einem Stau führen. Also es könnte sein, dass du dich in letzter Zeit oder auch in den kommenden Tagen oder wann auch immer du dieses Orakel hörst, dich innerlich wie gestaut fühlst. Und dass es vielleicht so zu Ausbrüchen in dir kommen kann. Und das ist gut so, weil unterdrückte Energien, unterdrückte Gefühle nun endlich nach vorne kommen wollen. Weil hier endlich diese Kreativität, diese Buntheit deines Seins, die Buntheit deiner Seele gelebt werden möchte. Und der Engel sagt dir auch, hör weiter auf dein Herz, hör auf deine Herzensstimme. Erlaube dir, diese Weiblichkeit in dir anzunehmen, unabhängig davon, ob du Frau oder Mann bist. Und unterdrück dich nicht ständig so. Mach dich nicht immer wieder klein mit deinen rationalen Gedanken, mit deinen pragmatischen und praktischen Gedanken, weil es ja so praktisch ist, mache ich gerade das und das. Oder ich mache es gleich so und so und ich kombiniere das Sinnvolle mit dem Praktischen. Nein, 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 so soll es nicht sein. Dieser Engel möchte dich wirklich lernen, dich zu öffnen. Du musst dich öffnen und ich spüre auch, dass du dich eigentlich öffnen willst. Aber trotzdem hast du Angst vor der Veränderung. Das ist menschlich, das ist normal, das kann ich dir sagen. Viele Menschen haben Angst vor der Veränderung. Das darf auch sein, aber du spürst ja selbst, dass das hier so, wie du bisher gelebt hast und das, was du bisher gemacht hast, so wie nicht mehr für dich funktioniert. Also Aufbruch ist angesagt. Mach die Flügel breit und ermögliche dir, dass dein Potenzial sich wirklich entfalten kann. Das soll dir wirklich eine Hilfe sein, dass du hier in deine Kraft kommen kannst und in diese Fähigkeiten, in diese Talente, die du mitbringst und die von dir auch unbedingt ausgelebt werden möchten. Wir schauen noch, welche Affirmation und Stimmungskarte zu dir kommen möchte. Freizeit. Juhu! Freizeit bedeutet genau das. Es ist deine freie Zeit. Es heißt nicht, dass du sie komplett verplanen musst. Das ist sehr wichtig. Nimm dir Zeit für dich selbst. Gönne dir etwas, das dir gut tut und verbringe die Zeit mit schönen Dingen. Du musst keine Angst haben, dass du dabei etwas verpasst. Genau. Es gibt ja so Leute, die haben Freizeit und die schaffen es tatsächlich in ihrer Freizeit, ihren Terminkalender voll zu stopfen. Und diese Karte möchte dir sagen, es ist gut, wenn du einfach mal Müßiggang hast. Es ist gut, wenn du einfach mal deinen Gedanken, deinem Sein nachhängen kannst. Wenn du nicht 100.000 Termine gleichzeitig wahrnehmen musst. Wenn du dich nicht gleich wieder auf die nächste Joggingstrecke begeben musst. Und vom Jogging dann zum Schwimmen und vom Schwimmen dann zum Radfahren. Also das muss nicht sein. Es darf wirklich einfach auch mal Müßiggang sein. Es darf wirklich auch mal sein, dass du dich treiben lassen darfst. Wenn du das nicht kannst, dann solltest du dringend überprüfen, warum du das nicht kannst. Hast du Angst vor der Stille? Hast du Angst davor, dass du keine richtige Beschäftigung finden könntest? Dann sage ich dir, falls dies so sein sollte, dann geht es darum, hier darüber nachzusinnen, was denn für dich eine schlaue Beschäftigung ist, die dich von innen her ausfüllt. In meinem Fall ist es Orakeln, wo man manchmal ein Orakelvideo aufnehmen oder einfach Orakeln für mich, weil mich das total nähert. Ich könnte das stundenlang machen, jeden Tag mehrere Stunden, unterschiedliche Orakel. Also davon kann ich gar nicht genug bekommen. Und in deinem Fall musst auch du suchen, beziehungsweise du darfst suchen, was dir eine tiefe Befriedigung bringen kann, was dir eine tiefe Sehnsucht auslösen kann und wie du diese Sehnsucht letztendlich auch mit sinnvollen Sachen stillen kannst. Ja, und Freizeit bedeutet auch, einfach mal nichts zu machen, einfach mal dem Kopf nachzuhängen, einfach mal zu sein und zu beobachten und zu lauschen und stillzustehen, ja, weil davon profitiert auch deine Seele auf wunderbare Weise. Ja, das war das erste Orakel für die, die den ersten Stapel gewählt haben. Klick den mal hier zur Seite und wir gehen weiter zum zweiten Stapel. Schauen wir mal, was ich hier zeigen möchte. Entspannung. Ach, das ist so schön. Du darfst entspannen. Du darfst entspannen. Du kannst die Spannung in dir lösen. Und wenn du nicht weißt, wie du entspannen kannst, dann höre ganz sanfte Musik, so ganz sanfte Klänge, die dir gut tun, vielleicht auch so Entspannungsmusik, gibt es ja auch viel auf YouTube. Und du darfst so Ruhe finden. Und diese Ruhe ist so von einer unglaublichen Zufriedenheit genährt. Also da ist so viel friedvolle, friedliche Energie, die ich spüren kann. Und so eine leise Stille, eine Ruhe, eine Schönheit, die spürbar wird, wenn du in diese tiefe, tiefe Entspannung hineingehen darfst. Und du wirst so den Zauber deiner eigenen Seele entfesseln können. Also das, was du so mitbringst, das, was du bist. Und du wirst darin erkennen können, wie ruhig du tatsächlich sein kannst. Und wie viel Ruhe du anderen Menschen vermitteln kannst und auch darfst. Und auch sollst. Weil das eine unglaublich schöne Energie ist, die wahnsinnig viel Tiefe hat. Schon nur, weil du bist, kannst du auf andere Menschen so viel Ruhe ausstrahlen und so viel Schönheit ausstrahlen. Deine Energie wirkt über deinen Körper hindurch auch auf andere Menschen. Das darfst du dir auch bewusst werden. Und es hat eine ganz, ganz große Strahlkraft in dir. Und diese Strahlkraft ist auch mit so, fast mit ein bisschen wie heilenden Energien versehen. Also du wirkst auch passiv auf andere Menschen heilend. Und das ist so wundervoll. Das ist eine wundervolle Energie. Und du selbst darfst diese Energie auch noch mehr spüren. Und das kannst du nur, wenn du alleine bist mit dir. Dass du dich so dir selbst hingeben kannst und dir selbst diese Ruhe gönnen darfst, die du brauchst. Und auch die du brauchst, um in dich hineinzuhören. Und das hat auch so mit dem Hören deiner eigenen Tiefe, dem Hören deiner eigenen Seele zu tun, die Klänge deiner eigenen Seele zu hören. Sei mal ganz achtsam und lausche. Lausche, was du hörst. Und du kannst davon ausgehen, wenn du so wie ein bisschen in einen meditativen Zustand kommst, wenn du innerlich Klänge hörst, dass es die Klänge deiner Seele sind. Das ist ganz zauberhaft, ganz, ganz wundervoll schön hier, diese Karte. Die Energie, die hier zu dir kommen möchte. Und dabei unterstützt dich die Kiefer. Also du darfst dich wirklich öffnen für diese Klänge, die hier kommen. Du darfst dich öffnen für das, was zu dir kommen möchte. Wenn du still wirst, wenn du diesen sanften Melodien zuhören magst. Weil das, was zu dir kommen möchte, ist ebenfalls auch so eine Art Heilung, die vom Universum zu dir kommt. Und die dich so innerlich richtig, richtig aufladen und auftanken kann. Und dir so das zurückgeben kann, was du brauchst. Diese Liebe, diese Zartheit, aber auch diese tiefe Heilung und Regeneration. Und einfach so das richtige Aufladen von Kopf bis zu den Füßen, würde ich sagen. Und das geht nur in der Stille und wenn du mit dir eins bist. Also freue dich auf das, was zu dir kommen möchte. Freue dich, was ich dir hier auch zeigen möchte. Das ist wirklich eine ganz, ganz wundervolle Energie. Und du darfst dich wirklich bereit machen. Also öffne deine Arme, öffne deine Hände. Schau auch, wo kannst du dich vielleicht in deinem Leben noch nicht so öffnen. Und wo wäre es vielleicht von dir gefragt, dass du etwas mehr Offenheit an den Tag legen würdest. Ja, weil wenn du dich nicht öffnen kannst, dann hat das damit zu tun, weil hier vielleicht auch dein Ego wirkt. Weil dein Ego wirkt und dir vermeintlich was vorgaukeln möchte, dass wenn du dich öffnest, dass du dann nicht so in diese, ja, dass du dann nicht, wenn das Ego wirkt, das möchte dich zurückhalten, dass du in der alten Funktion und in der alten Energie bleibst. Doch eigentlich möchte deine Seele tiefer gehen mit dir. Die möchte wirklich in den Tiefgang mit dir selbst gehen. Und das ist was Zauberhaftes. Also lass das zu, lass diese Heilung auf dich wirken. Die wirkt auch jetzt. Und du kannst das wirklich so für dich annehmen und in dich aufsaugen. Heilung ohne Worte. Unsere jenseits der Worte. Spüre auch, wie dich das erfrischt und wie du klarer wirst in dir. Schöne Energie, also ganz zauberhaft. Das kann dir ganz viel Trost spenden, wenn du vielleicht auch irgendwo noch so eine Traurigkeit in dir hattest oder so wieder zu deiner eigenen Liebe, zu deiner eigenen Liebesfähigkeit vordringen möchtest, setzt es auch wie voraus, dass du alte Themen, alte Menschen loslassen musst. Veränderung hat immer mit Loslassen zu tun. Und Menschen, die sich nicht verändern wollen, die können nicht loslassen. Beziehungsweise die, die nicht loslassen können oder wollen, wollen sich auch nicht in der Tiefe verändern, weil sie Angst haben vor dem, was sie erwartet. Weil sie die Zukunft planen wollen, weil sie die Kontrolle nicht abgeben können nach oben und ihr Leben in die Hände der geistigen Welt geben können. Und genau das wird auch von dir gefordert. Du bist so weit, dass du dein Leben wie übergeben kannst an die höhere Führung. Dass die höhere Führung bei dir die Führung übernehmen darf. Dass deine Seele dich führen darf und nicht mehr du als Ego-Mensch. Und du stehst im Moment so wie ein bisschen auf dieser Schwelle und lass dich fallen. Lass dich fallen, dass du tieferes Vertrauen lernen darfst, dass du ewig geführt bist. Und dafür musst du vertrauen können. Und zwar blind. Schauen wir weiter. Ja, hier siehst du. Mach die Flügel breit. Öffne dich. Öffne dich sanft und liebevoll. Und öffne dich im Wissen darum, dass dich nur das Beste erwarten wird, wenn du in diese Veränderung hineingehen wirst. Dass nur Positives für dich geschehen kann. Und mit der Öffnung selbst können vielleicht noch einige negative Energien, die du in dir aber konserviert hattest, nochmals spürbar werden. Aber die Öffnung selbst ist dann eigentlich nur positiv. Und das darfst du. Du darfst dich öffnen. Du darfst dich zeigen. Du darfst das Wesen sein, welches du bist. Und du darfst diese Leichtigkeit und dieses Verzaubertsein von dir selbst auch immer mehr spüren. Und leben lernen. Und auch spüren, welches Individuum du bist. Und wie du dich abhebst, letztendlich auch von der Masse. Also eine wundervolle Energie, die hier auch zu dir kommen möchte. Schauen wir, welche Affirmation noch zu dir kommt. Achtsam essen, heißt es hier. Welches Gericht schmeckt dir besonders gut und ist so zeitaufwendig, dass du es viel zu selten zubereitest? Nimm dir heute Zeit dazu. Versuche langsam und bewusst, die Zutaten vorzubereiten und zu verarbeiten. Und wenn alles fertig ist, genieße das Ergebnis. Achte auf Farbe und Geruch. Schmecke die einzelnen Gewürze heraus und lasse das Ganze buchstäblich auf der Zunge zergehen. Ein völlig neuer Genuss. Ja, das ist etwas, was wir uns ja nicht gewohnt sind, weil wir alle total umherhetzen in dieser Leistungsgesellschaft. Und ich finde das ein bisschen traurig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde es traurig, weil wir verlernt haben, was Qualität ist. Und Achtsamkeit hat mit einem tiefen, tiefen Qualitätsbewusstsein zu tun. Das heißt, dass ich, egal was ich mache, es kommt nicht darauf an, was ich mache, sondern wie ich es mache. Und wenn ich es mit meinem ganzen Herzen mache, mit all meiner Liebe und besonders sorgfältig, dann ist das etwas, was der andere auf der Gegenseite unbewusst, in manchen seltenen Fällen auch bewusst spüren kann. Und wann ist das bewusste Spüren möglich? Wenn nämlich jene Person auf der Gegenseite selbst auch in sich eine gewisse Achtsamkeit entwickelt hat, sei dies bewusst oder auch unbewusst. Und wann ist es unbewusst spürbar? Das ist sehr gut zu vergleichen und ich nehme da ein bisschen ein einfaches Beispiel von einer Frau, die du in deinem Alltag siehst, unabhängig davon, ob du Frau oder Mann bist, vielleicht auch als Mann. Und du siehst diese Frau und du denkst, wow, die sieht total gut aus. und erst beim näheren Hingucken siehst du, dass sie geschminkt ist. Und unbewusstes Wahrnehmen hat häufig mit dem zu tun, dass man etwas wahrnimmt, aber man kann es nicht beschreiben. Aber man kann wahrnehmen, dass etwas schön ist. Man kann aber nicht begründen, warum es schön ist. Und jede Frau ist schön und jeder Mann ist schön, wenn er oder sie geschickt weiß, das aus sich hervorzuholen, was es hervorzuholen gilt. Sei dies eben durch Schminkerei, das ist jetzt ein oberflächliches Beispiel, aber auch durch anderes. Und hier mit dem achtsamen Essen ist es genau auch so. Also alles, was mit ganz viel Liebe zubereitet ist, mit ganz viel Bewusstsein fürs Detail und mit ganz viel Sorgfalt, enthält auch diese Qualität an Liebe und auch an Sorgfalt. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig, weil wir das verlernt haben. Wir haben das vergessen. Wir sind eine Massenkultur geworden und möchten gerne auch eine Masse bewirtschaften, weil dort natürlich der Turnover und der Gewinn weiteres größer ist. Ja, dazu muss ich nicht weiteres erklären. Das erklärt sich wahrscheinlich von selbst. Und so ist das das Orakel für jene Person, die den zweiten Stapel gewählt hat. Schauen wir weiter. Ups. Das ist der letzte Stapel, was hier kommen möchte. Ach, wie schön. Das habe ich gut gemacht. Ach, wie süß ist das. Ach, zauberhaft. Ach, das hast du wirklich gut gemacht. Und es ist so wundervoll, dass du siehst und erkennst, wie wertvoll und schön und wie liebenswert und wie zauberhaft und einzigartig du bist. Du bist eine einzigartige und ganz besondere Seele und du hast dich so sehr eingesetzt für dich und du hast an Liebesfähigkeit gewonnen für dich selbst. Und das ist so, so schön. So, so schön und so wunderbar zu sehen. So wunderbar zu sehen, dass es dir wirklich, dass du es dir verdient hast, dass es dir gut gehen darf. Und du hast das erkannt. Du bist erwacht und hast das erkannt, dass es dir gut gehen darf. Und ja, es ist einfach schön. Du hast alles richtig gemacht. Du hast richtig gut an dir gearbeitet. Du hast dir das gegönnt, was du dir gönnen möchtest. Du hast auf dein Herz gehört und du darfst jetzt deinen Zauber und deine Schönheit und deine Einzigartigkeit, dein liebevolles, wunderbares Wesen nähren und einfach auch zeigen und in deiner eigenen Energie baden und dich auftanken. Wisse, dass in dir selbst so viel Liebe ist, so viel Wunderbares ist, dass du dich jederzeit damit nähren und auftanken kannst. Und das ist wunderschön. Und es soll dir auch ein Beweis sein dafür, dass es ein Lohn dafür ist, wie intensiv du an dir gearbeitet hast und dass du das immer wieder so auf diese Art und Weise tun darfst. Also siehe, welch wunderbares Wesen aus dir da hervortritt, welche neuen Persönlichkeitseigenschaften und Merkmale, welche Anteile, die lange Zeit verborgen waren und endlich zum Vorschein kommen. Juhu! Also das ist wirklich wunderwundervoll und genieße es. Genieße es, diesen Zauber in dir zu spüren, die Magie in dir. Du bist ein wundervolles Wesen und du hast alles, alles richtig gemacht. Ja, du hast es geschafft, auch aus dieser Opferrolle oder aus dem zu starken Machen die ganze Zeit rauszukommen. Du hast es wirklich geschafft, gut zu dir zu schauen und auch ein gutes Gespür und eine gute Waage dafür zu entwickeln, wie viel du an äußeren Impulsen brauchst und wie viel du selbst dir geben kannst. Und das ist ganz, ganz, ganz was Schönes zu sehen. Also herzliche Gratulation hier an dieser Stelle und schauen wir, was wir dir hier noch sagen können. Weister und Vergebung. Ja, das ist so toll. Es ist so toll, dass du an diesen Punkt gekommen bist, wo du dir selbst vergeben kannst oder wo du dir selbst das geben kannst, was du vielleicht lange Zeit auch im Außen so gesucht hast. Du bist an diesen Punkt herangekommen und das ist wirklich ein Orakel für die Erwachten unter euch, die diesen Stapel gewählt haben, die sich selbst berühren können, die die Berührung nicht mehr vom Außen erwarten, weil sie es geschafft haben, in ihrem Inneren sich zu berühren, weil sie es geschafft haben, im Außen sich das zu geben, was sie brauchen, die Liebe, die Zuneigung, die Fürsorge. Wundervoll. Und auch diese Herzlichkeit und diese Sanftheit mit einem Selbst, das ist so wunderschön und auch diese Selbstvergebung ermöglicht dir, auch mit ganz vielen anderen Menschen, wo du vielleicht Verstrickungen hattest oder Schwierigkeiten hattest, in eine Vergebung zu gehen, weil du wie an diesem Urthema der Vergebung gearbeitet hast. Und das ist so, so wertvoll. Also das ist, ich kann gar nicht viel mehr dazu sagen. Man soll einfach das Bild wirken lassen. Einfach das Bild wirken lassen. Und ich sehe auch, dass dein Herz so auf wunderbare Weise in Heilung gekommen ist, dass du es wirklich geschafft hast, so gut zu dir zu schauen, zu deiner Liebe zu schauen, zu deiner Zartheit zu schauen, zu dem Wesen zu schauen, wo du eigentlich bist, dieses sanfte Wesen und auch dieses zärtliche Wesen. Ganz toll. Ganz toll. Und schau weiterhin so gut, wie du das bisher gemacht hast. Du weißt jetzt, dass du alles richtig gemacht hast und dass du die richtigen Wege eingeschlagen hast. Also bleib weiterhin auf diesem Pfad. Gönne dir diesen Schutz und diese Fürsorge, diese Umhüllung von dir selbst auch immer wieder, weil das genau das Richtige ist. Du hast genau das richtige Gefühl, das richtige Händchen dafür entwickelt, was du brauchst und in welchem Maße du das brauchst. Also das ist wirklich ganz toll. Schauen wir noch, welchen Engel du hast. Habe ich alle verkehrt hingelegt? Ja, hier ist auch noch der Engel, der dir ganz stark den Weg weist, weil du hast es auch wie geschafft, auf diese Herzensstimme zu hören und deinen Herzensweg zu gehen. Und dieser Engel sagt, es ist von dir noch weiterhin ein bisschen Mut erforderlich. Du hast noch nicht den ganzen Weg abgeschlossen. Da kommen noch mehr Themen. Das ist so ein bisschen wie ein Etappensegel. Da kommen noch mehr Themen, wo du hingeführt wirst zu deinen Potenzialen. Und das ist so schön, weil das so wie Geschenke sind. Geschenke, die du dir eigentlich selbst machen kannst oder gemacht hast, weil du sie dann so aus deiner eigenen Seele auspacken kannst. Und das ist so, so wunderschön. Und das sagt auch, das ist so wichtig, dass du weitergehst. Also das darfst du jetzt natürlich auch genießen, wo du hier aktuell auch stehst. Aber es ist auch wichtig, dass du weitergehst, um einfach das volle Potenzial in deinem Leben wirklich zu entfalten. Und dazu braucht es auch Mut. Und sehr wenige Menschen haben diesen Mut vielleicht, den du auch in deinem Leben jetzt aufbringst oder aufbringen konntest. Und dazu eine herzliche Gratulation. Und gleichzeitig stupst du dich einfach auch an und sagst, hey, es ist noch lange nicht aller Tage Abend und du musst weitergehen. Es gibt noch vieles zu entdecken in dir, auf deinem Lebensweg, auf deinem Lebenspfad. Und das zu entdecken ist schön, weil es in die Tiefe geht mit dir selbst. Es ist nur eine Tiefenarbeit von dir verlangt. Du hast in der Breite schon ein bisschen was umgeackert, aber jetzt geht es noch mehr in die Tiefe und du darfst dich freuen. Du darfst dich freuen, weil hier ganz was Schönes und Besonderes zu dir kommen möchte. Ja, dann schauen wir doch noch, welches Mantra zu dir kommen möchte, was hier noch zu dir sprechen will. Mit beiden Beinen im Leben stehen. Ob in der Supermarktschlange oder im Stau, wenn du irgendwo wartest, ärgere dich nicht darüber, denn du kannst diese Zeit für dich nutzen. Versuche die Konzentration auf deine Fußsohlen zu lenken. Nimm genau wahr, wie sie auf dem Boden stehen, wie dein Gewicht auf sie verteilt ist. Ob du irgendwo Spannungen verspürst, so gönnst du dir ganz nebenbei eine kleine meditative Auszeit. Erdung ist natürlich auch nochmal gefragt. Also vielleicht schwebst du im Moment gerade so ein bisschen auf Wolke 7. Sehen wir hier ja auch auf wundervolle Art. Bist da vielleicht in deinem Höhenflug und erde dich auch mal, dass du diese Lernaufgaben, die du gemeistert hast oder die du dran bist zu meistern, dass du die auch immer wieder mal gut erden kannst. Und freue dich darüber, dass du Mensch bist. Freue dich darüber, dass du auch menschliche Bedürfnisse hast, nämlich dass du Nahrungsmittel und anderweitiges im Supermarkt einkaufen musst und dass dich das so immer wieder mit deinem Menschsein verbindet und so immer wieder auch du Wurzeln schlagen kannst, wenn du an der Schlange stehst, dass du Wurzeln schlagen kannst mit dem Wesen, mit deiner Seele, welches du dir ausgesucht hast. Und es ist zauberhaft, es ist ein zauberhaftes Wesen, du bist eine zauberhafte Person und genieße dein Sein, genieße auch das, dass du bist und dass du du bist und dass du nicht jemand anderes bist. Und deswegen gibt es auch gar keinen Grund, irgendwie in einen Vergleich zu gehen mit irgendeiner anderen Person, weil du bist du, du bist so einzigartig und das zu anerkennen ist so viel wichtiger. Also das ist das Allerwichtigste, weil wenn du dich selbst anerkennst, dann vergleichst du dich auch nicht mit anderen, weil dann stehst du eben wirklich mit beiden Beinen in deinem Leben und nicht in einem Leben von jemand anderem oder auch nicht in der Suppe der Unzufriedenheit, sondern du bist bei dir angekommen und ja, das ist wirklich so ein Orakel für die Erwachten, das letzte Orakel hier. Also wirklich wunderschön. Ja, meine Liebe, mein Lieber, ich hoffe, dieses Orakel hat dir gefallen. Lass mir doch einen Kommentar da, wie es so für dich war, ob es auf dich heilend gewirkt hat, ob es dir gefallen hat. Ich würde mich sehr über ein Feedback von dir freuen und ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Zeit. Liebe Grüße an dich und tschüss!